So, kommen wir nun zur nächsten Meisterschaft, die Professional Meisterschaft, geht gleich in Monte Carlo los, das ist natürlich großartig, und das neue Auto ist in den 70ern zu finden, und es handelt sich um den Lancia Stratos, den werde ich auf Wunsch in dieser Saison fahren, aber das ist natürlich nicht ganz gegen meinen Willen, denn dieses Auto ist großartig. So, ja, und deswegen werden wir den kaufen. Ich möchte ihn kaufen, ja, möchte ich. So, lass dich nicht von dieser Lackierung in grün irritieren, ich habe mir eine Lackierung aus dem Internet runtergeladen, und ja, dann wird das gleich noch schöner, und legen wir am besten gleich los. Ja, wir haben nichts vergessen, wir können direkt so weitermachen, jetzt haben wir natürlich 8 Etappen, jetzt weiß ich nicht, wie ich die Folgeneinteilung auf YouTube machen werde, bin ich mal gespannt. Aber jedenfalls, ich freue mich auch schon riesig auf den Lancia Stratos, ich würde natürlich auch gerne direkt mit der Gruppe B weitermachen, denn auf die freue ich mich am meisten. Aber der Lancia Stratos, wenn sich den jemand wünscht, sage ich natürlich nicht nein, denn ist auch super, ein super Auto. So, und wir testen nicht lange rum, wir fahren einfach los, denn Monte Carlo kenne ich doch so ein bisschen. Aber wenn wir von oben anfangen, ist der Anfang immer so ein bisschen schwierig. Hm, ich gebe mal mein Bestes. Jetzt weiß ich nicht, ob das so gut war, im zweiten Gang anzufahren, bei manchen Autos ist das halt nötig, zumindest kommt es mir so vor. Beim nächsten Mal fahre ich im ersten Gang an und gucke mal, wie das dann wird. Boah, das war die Wand. Also, jetzt habe ich mich gar nicht auf die Lackierung eingegangen. Das war natürlich die Lackierung mit diesem Alitalia-Schriftzug, den man auch in den 70ern dementsprechend bei den berühmtesten Lancia Stratos gesehen hat. Und ja, ich habe mir für jedes Auto eine authentische Lackierung ausgesucht, damit das Spiel noch gleich viel mehr Spaß macht, was ja ohnehin schon ein großartiges Spiel ist. Ich rede wieder zu viel, ich muss schweigen, sonst mache ich Fehler. Jetzt war ich ein bisschen zu langsam, wir haben eine rote Zwischenzeit. Aber das lässt sich noch bestimmt nachdrehen. Oh, haha. Da muss man sich erstmal an den Bodenbelagswechsel gewöhnen. Auf einmal ist der Grip da. Ah, ich habe die Kurve vergessen. Nein. Ich setze mich lieber gleich zurück, sonst wird das nichts. Ärgerlich. Ich war jetzt ein bisschen abgelenkt. Hätte ich dem Kollegen zugehört, dann wäre das wahrscheinlich nicht passiert. Boah, der ist auch ganz schön leise im Vergleich zu dem lauten Heulen des Motors. Ich meine, das wäre ein Ferrari-Motor gewesen, der hier in der Chastratus drin ist. Es ist schon verdammt laut, ne? Aber so soll der ja auch in der Realität aufgewiesen sein. Man hat in der Zieleinfahrt der Etappe schon gehört, wenn der Landschaftsdatus an den Start gegangen ist. Alle Zwischenzeiten sind rot, das ist aber schade. Aber ich finde die Abfahrten auch immer besonders schwierig, weil man da eben so vorsichtig mit der Bremse sein muss. Denn nicht nur muss man früher bremsen, nein, man muss auch noch aufpassen, dass der nicht blockiert und dass man dann über das Ziel hinausrutscht. Naja, gut, das lag jetzt aber an dem Abschuss, das wäre jetzt so ein großer Rückstand. Zumindest ein Teil des Rückstands lag an dem Abflug, den wir da hingelegt haben. Vielleicht können wir da ja noch was daran ändern. Die Abfahrten sind auch ehrlich gesagt nicht so sehr meine Stärke, aber ich mag Monte Carlo wirklich sehr. Deswegen machen wir unbedingt weiter. So, und ans Nächstes kommt ein Aufstieg. Aufstiege mag ich ja. So, weiter geht's. Nächstes mal im ersten Gang anfahren, mal gucken, ob es besser läuft. Zwei, eins, Vorsicht, links fünf lang, so bis drei, überkreuze, Bälle innen treiben, rechts eins lang, macht auf, 100 mal Kuppe. Links fünf lang, macht zu bis vier, rechts sechs. Rechts vier lang, 130 über Kuppe. Rechts fünf lang, 130 über Kuppe. Links drei, links zwei lang, und links vier. In rechts vier lang, macht zu bis drei. Links sechs, 60. Rechts fünf, macht zu bis vier. Wieder Rückstand von zwei Sekunden. Links fünf, Kuppe, 80 und... Links drei, halb lang, 100 durchtusen. Rechts vier, macht zu, überwärts. Ja, hoppla. In rechts sechs. Links sechs. Rechts vier, macht zu, sofort kehre links. In links sechs. In kehre rechts, halb lang. Rechts sechs, über 100. Links vier, 60 über Kuppe. Rechts fünf, macht zu bis vier. In links drei, macht auf. Rechts fünf, in achtung links fünf, rechts eins, blau, nicht schneiden. In links drei lang, unter rechts, rechts drei, rechts drei, über Kuppe, 60. Rechts drei in, rechts drei, über Kuppe, 60. Rechts vier, rechtlich. Links drei, flach. In rechts vier, lass. Und links fünf, lach. Hup? Und rechts vier, lach. Und rechts vier, lach. Gere rettet. In links sechs, 60. Rechts sechs. Links fünf, furcht, über Kuppe. In links sechs, halb lang. Schade, wir fahren hier auf rückständige Zeiten. Vielleicht müssen wir auch erst das Auto aufrüsten, damit das ein bisschen besser wird. Deswegen ist bei mir halt auch die Überlegung, ob ich die Autos, die ich in der Karriere nehmen werde, schon vorher ein bisschen einfahre, damit die Leute schon mal die Teile entwickeln können, damit wir dann, wenn es groß geht, auch schneller unterwegs sind. Oh, das ist schon das Ziel. Ah, und beinahe, kurz vorm Ziel noch. Joa. Lief zufriedenstellend, würde ich jetzt sagen, mit dem dritten Platz. Das ist ja das, was wir am Ende auch mindestens erreichen wollen. Und jo, insgesamt vierter, das ändert sich hoffentlich noch. Ich meine, die anderen machen ja auch Fehler. Das heißt, die werden vielleicht noch nach hinten rutschen. So, aber jetzt erstmal müssten wir doch wieder reparieren können, denn ich habe mittlerweile festgestellt, man darf ja alle alle zwei Etappen reparieren. Das heißt, wir müssten jetzt wieder reparieren dürfen. Genau. Dann habe ich mir richtig gemerkt. Sehr schön. So, wir können ihn wieder komplett reparieren und gehen jetzt in der nächsten Etappe an. Das ist eine Abfahrt. Okay. So, und es lief eigentlich, glaube ich, das letzte Mal ganz gut im ersten Gang mit Randfahren. Machen wir das wieder. Okay. Wir haben kurz die Räder blockiert. Ich muss die Gestotterbremse anwenden. Hat aber auch gereicht. Da haben sie schon wieder blockiert. Das ist eben die Gefahr beim Bergabfahren. Da blockieren die Räder halt schneller. Das war die Wand. Ach, nö. Das muss nicht sein. Jetzt aber schnell einen Rückwärtsgang. Ach, Mann. Wir können nicht mal Heimzug wenden. Schade. In der Form rechts drei und rechts drei. In links voll nach zu 100 über lange Kuppel. Links vier lang in links sechs. In rechts drei lang in links. In rechts drei lang in links. In rechts vier lang in links sechs. In rechts drei. In rechts rechts über Kuppel. In rechts vier in links vier halb lang. In rechts fünf über Kuppel. Mach zu bis drei. In links drei. Nach. In rechts links. In rechts rechts über Kuppel. In rechts rechts weiter. Und Achtung, links 4. Kehre rechts lang. Und guck. Links 3 lang, rechts 6. In links 15, Kuppe 14. Hoppala. Ich sehe, wir haben in den Leerlauf geschaltet. Nein, darauf wollte ich dich einnehmen. Ich sehe, wir haben eine grüne Zwischenzeit gefahren. Das macht doch gut. Aber der Dreher war natürlich äußerst bov. Ah, aua. Abends Auto. Tut mir ehrlich, sorry. Link 3, 150 Minuten 10. Hm, wenn der Dreher nicht gewesen wäre, ne? Dann wäre das richtig schön geworden. Ach, Manu. Naja. Vierter Platz ist nah am dritten Platz, den wir erreichen wollen. Wie gesagt, vielleicht macht hier einen anderen Fehler und wir rutschen nach vorne. So. Und jetzt kommt Pradala. Das ist, wenn ich das richtig ausgesprochen habe, das ist ja eine lange Etappe. Also, jetzt wird es ausdauernd. Das ist auch die Frage, wie ich das dann schneide, weil die Etappen dauern ja auch doppelt so lange, ne? Und da muss man auch doppelt so lange konzentriert sein. Wobei, wir fahren die sowieso beim ersten Versuch durch. Muss ich genauso konzentriert sein wie immer. Oha, nein, 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 nein. Och, schade. So, das heißt wohl kurz vorm Ziel nochmal neu anfangen. Denn ich werde nicht wieder aufgeben. Das war zu frustrierend beim letzten Mal. Ah, ich könnte kotzen. Okay, aber diesmal... Das ist halt das Doofe, auch an diesen langen Etappen. Wenn man da einen solchen Fehler macht. Darf man alles normal machen. Hoffentlich wird das nicht so oft passieren. Aber ich werde diesmal nicht aufgeben. Das kann ich schon mal versprechen. Irgendwann werden wir das schaffen. Da können wir auch einen Fehler gut machen, den wir vorhin gemacht haben. Aber es ist trotzdem äußerst ärgerlich. Wenn das Geld, was da abhanden kommt, das ist nicht viel. Das ist nicht so schlimm. Aber die Zeit, die da drauf geht, ne, die du dir jetzt zu... Die du dir jetzt umsonst angeschaut hast, wie ich finde. Vielleicht werde ich es ja im YouTube-Video rausschneiden. Wenn das zu frustrieren wird, schneide ich es raus. Wenn nicht, dann nicht. Aber wenn es zu frustrieren wird, dann möchte ich es nicht sein. Spätestens an diesem Zeitpunkt wirst du es ja wahrscheinlich schon wissen, ob ich es rausgeschnitten habe, wenn du es auf YouTube schaust. In rechts 5, in links 1, Start, Machzum. In rechts 1, Start, Machzum. Wollte ich mal schauen. Ich meine, das waren jetzt 5 Minuten oder so, die wir jetzt zu unnütz gefahren sind. Zu unnütz, sagt man das dort? Ich weiß es nicht. Egal, nicht so richtig. In links 5, in links 4, Start. In links 2, Start. In rechts 2, Start. Sollte ich es rausgeschnitten haben, war das, was ich eben gerade gesagt habe, bestimmt sehr verwirrend. Tatsache ist, wir sind abgeflogen. Kurz vorm Ziel. In links 3, Start, Machzum. In links 3, Start, Machzum. Wenn wir nochmal abfliegen, werde ich Garantäte rausschneiden, weil das dauert dann viel zu lange. In links 4, Start, Machzum. In links 4, Start, Machzum. Gut, drinbleibt. Aua, das hat nicht getan. In links 6, 60. Links 5, Land, Flachsburg, 130. Geh, rechts, Machzum. Ein, das, nach, hier. Und links 4, über 100. In links 4, Sprung, nicht schneiden. 40, verhängt sich. Links 6, über Kuppe. Und links 5, auf Kuppe, 150. Rechts 3, 100. Inkehre links. Rechts 6, links 6. So, dann wieder die Räder geblockiert, passiert bei bergauf nicht ganz so oft, warst du hier auch. So, dann wieder die Räder geblockt. 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 Dann machen wir jetzt weiter mit der nächsten Etappe. Dann wieder die Räder geblockt. So, 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 dann wieder die Räder geblockt.